Ja, hallo Welt! Da sind wir wieder auf dem Weg, das Lexikon abzugeben zu Septimus Signus. Septimus Signus ist dort und wir sind hier. Mein Plan ist es hier erstmal runter zu laufen bis zum Meer. Da können wir auch gleich gucken, ob wir da noch ein bisschen Salz einsammeln können. Ob das noch funktioniert. Und Serana ist schon wieder in der Höhle geblieben. Oder? Irgendwas bewegt sich hier, ich höre doch was klimpern. Aber vielleicht sind wir es selbst. Oh nein, ja da war ja was mit dem Gewicht, genau. Das ist aber nicht der giftige Apfel hier, oder? Mammut braten? Ja, der wiegt auch ordentlich was. Okay. Na, schön. Schauen wir mal, ob wir hier über den Kamm kommen, über den Berg. Boah, Serana wird schon irgendwann wieder auftauchen, denke ich. Das ist unglaublich, ja, wie groß Skyrim ist. Und im Laufe der Zeit natürlich noch größer geworden. Durch die vielen Zusätze, die es da so gibt. Und dann haben wir schon so viele Stunden hier verbracht. Ich bin echt überrascht. Und es gibt noch so viel zu entdecken. Und es ist immer noch so, dass wenn wir eine Aufgabe erledigen, dass wir dann gefühlt zehn neue Aufgaben dazubekommen in der Zeit. Na, in Wahrheit werden es so zwei, drei, vier, zwei, drei, vier, ja, so zwei bis vier Aufgaben sein, denke ich. Zehn ist ja mal wieder maßlos übertrieben. Na, aber es ist faszinierend. Also wenn der nächste Elder Scrolls Teil, wenn der auch so wird, so ungefähr. Ja, da sind wir doch, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Was ist das, ein Pferd? Oder ist das ein Wildschwein? Ich glaube, es ist so eine Art Wildschwein. Ein Eisschwein. Ein Eisbein? Ja, wahrscheinlich so etwas. Ich fürchte, bis das rauskommt, Zelda Scrolls 6. Bis das rauskommt, sind wir nicht mal hier mit durch. Ja. Ach, wer ist erwischt? Oh, Serana. Ich dachte, du wärst jetzt wer anders. Wo ist denn das Ding? Oh, ja, jetzt wird's kalt. Na, wir haben extra eine warme Suppe mitgenommen, aber ich hoffe auch, dass Septimus eine warme Höhle hat. Oh nein, das war keine gute Idee. Ja, das ist kein Conan Exiles hier, wo man sich dann noch festkrallen kann mit seinen barbaren Kräften an der Wand und dann da runterrutschen kann. Und ganz so läuft das hier nicht. Was haben wir da eigentlich für ein Outfit an? Das sieht uns ja gar nicht so ähnlich, finde ich. Ich glaube, wir haben das einfach... Oh. Wir haben das einfach so vorübergehend angezogen, weil wir ja nichts anderes gefunden haben. Was ist das hier schönes? Oh, da liegt ja ein Buch. Worte und Philosophie. Fürstin Bennocks Worte und Philosophie. Fürsten Alena Bennock, ehemaliges Oberhaupt der Kriegergilde von Valenwald und Anführerin der Leibgarde des Kaisers in der Kaiserstadt, war Leiterin einer Kampagne mit dem Ziel, die Soldaten von Tamriel wieder mit dem Schwert vertraut zu machen. Ich habe sie für das Verfassen dieses Buches dreimal bei verschiedenen Gelegenheiten getroffen. Das erste Mal in ihren Gemächern im Palast auf einem Balkon, der die darunterliegenden Gärten überblickte. Mir fällt gerade ein, wir nehmen das mit, weil es hier so kalt ist, Schrein von Talos. 100 Gold hinterlassen, das ist auch neu mit dem Gold, oder? Standen nicht sonst überall Schreine? Nö, so viele Schreine standen auch wieder nicht rum. Ich meine sonst, wenn man mal irgendwo einen Schrein gefunden hat, konnte man umsonst beten, meine ich. Ja, es ist mir zu kalt in der Gegend zum Lesen. Ich fühle mich hier irgendwie nicht wohl, deswegen holen wir das einander mal nach. Aber Schneebeeren einsammeln, das können wir ja gut. Sollten wir mal... Woher seid ihr gekommen? Oh nein, nicht die Kultisten. Die verrückten Kultisten schon wieder. Wir schaffen die. Egal. Serana macht das. Wir haben ein Spiel dabei. Kultisten-Adept. Haben wir nicht so einen Lähmungsschlag? Äh, Schuss? Ich glaube, wir müssen den Bogen hier mal aufladen, oder? Wir hatten doch so einen Lähmungsbogen, meine ich. Da ist noch einer irgendwo. Oh, Serena macht das schon. Äh, Serena hat alles geschafft. Kultisten-Robe. Magiker regeneriert sich 75% schneller dadurch. Na klar, die Pfeile nehmen wir mit, den orkischen Dolch, den holen wir uns später irgendwann mal. Wie hast du die zur Asche verwandelt? Nee. Oh, Eis. Eis, Miriam. Eiszutat auf jeden Fall. Nein! Irgendwas Großes. Die war noch zu viert. Oh, den haben wir. Den haben wir zwei. Da hinten liegt einer drei. Und ich meine, dann müsste hier irgendwo noch einer liegen. Oder waren die doch nur zu dritt? Da ist keiner mehr, aber ein Pfeil ist hier noch. Ja, das ist ja jetzt lustig. Wir tragen zu viel und können nicht rennen, aber wir können uns gar nicht mehr bewegen, wir sinken sogar ein bisschen ein hier im Boden. So. Ja, ich weiß, mir gefällt das auch nicht so gut hier. Ja. 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 Ach Gott, Mädchen. Wir wollten nicht hier durch unbedingt. Wir wollten am Wasser entlang. Dorthin. Wir sind doch fast da. Irgendwie müssen wir nur noch hier rauf. Da rum, da rauf, da hoch. Da rein. Ach, Quatsch. Das ist ja unsere Markierung. Unsere Markierung, wir müssen ja nicht zu unserer Markierung. Die Markierung haben wir ja nur so in die Nähe gesetzt. Mal gucken. Ja, wenn wir jetzt hier durchschwimmen würden, würden wir genau dorthin kommen, aber ich glaube, wir gehen lieber an den Himmelstempelruinen vorbei. Oh. Wer ist da? Ein Wolf. Ein Wolf. Schnell ins Dorf. Rufe. Der Wolf ist da. Na gut, haben wir das gemacht. Oh nein, der Wolfspelz. Ja, tatsächlich, man kann gar nicht mehr rennen. Ich dachte, man könnte nur sehr langsam dann gehen, wenn man überladen ist, aber ja, wahrscheinlich, wenn man erfroren ist, so halb, dann geht's gar nicht mehr. Ach, die Mehlsäcke, die können wir doch ein andermal hier abholen, oder? Was können wir sonst noch essen? Ist ja nicht zubereitet viel. Ist ja noch roh. haben wir nicht irgendeinen Quatsch eingesammelt. irgendwo haben wir ein Messer eingesammelt. Das könnten wir jetzt hier liegen lassen. das ist ja kalt hier. Ist das dann richtig? Ah, irgendwie, irgendwo, äh, ja. Doch, wir kommen schon irgendwie in die Richtung. Der hatte seine Hütte irgendwo, ja, wir laufen direkt drauf zu, sogar. irgendwo hier in so einem Eis. Und so. Und so. Und so. Da außen rum? Wir können doch nicht durchs Wasser, da erfrieren wir doch sofort. Oh, ist das kalt hier. Oh, ist das kalt hier. Das gibt es doch nicht. Direkt neben uns. Da müssen wir ja schwimmen, oder? Vielleicht ist Sonntagwasser wärmer? Tief am Meeresgrund. Wir sind doch schon vorbei. Okay. Fast. Oh, wehe. Der hat die Heizung nicht an. Und da ist ein Boot. Mal zurückfahren wir aber mit dem Boot. Oh Mann, geschafft. Er ist auch nicht so warm hier bei ihm drin. Hey. Warum seid ihr eigentlich so versessen darauf, diese Schatulle zu öffnen, ey? Ah, die Schatulle enthält das Herz, die Essenz eines Gottes. Ich habe mein ganzes Leben den Schriftrollen der Alten gewidmet. Doch ihr Wissen ist nur eine flüchtige Wahrnehmung im Vergleich zum allumfassenden Geist der Göttlichkeit. Die Dämer waren die Letzten, die sie berührt haben. Es hieß, sie sei vom Nerevarinen zerstört worden. Doch mein Herr belehrte mich eines Besseren. Ach so. Und euer Herr ist wer? Der Dädrische Prinz des Unbekannten, Hermaeus Mora. Ich dachte, es gäbe keine Geheimnisse mehr zu entdecken, bis ich zum ersten Mal mit ihm sprach. Er fordert einen Preis. Man muss seinen Willen ausführen. Ein paar Morde, ein bisschen Opfigelei, eine Seuche oder auch zwei für die Geheimnisse, die ich verkraften kann. Und dann brachte er mich hierher, zu dieser Schatulle. Doch er will nicht verraten, wie sie sich öffnen lässt zum Verrücktwerden. Ja, vielleicht ist es der verkappte Dädra-Gott der Verrückten. Naja, hier ist auf jeden Fall dein Lexikon. Hey, damit schnell! Hey, nicht so hastig! Jetzt verstehe ich es. Der Verschluss ist so strukturiert, dass winzigste Fraktale ineinander greifen. Dwey mehr Blut kann die Haken lösen. Doch es lebt niemand mehr, in dem es fließt. Eine ganze Palette ihrer Brüder könnte sich zusammentun, um ein Faximile zu bilden. Ein Trick? Etwas, womit sie nicht gerechnet haben. Nein, nicht einmal sie! Das Blut der Altmeer, Bosmeer, Dunmeer, Fallmeer und Orsimeer. Die Elfen, die noch leben, sind der Schlüssel. Trag diesen Extraktor von dannen. Er wird das frische Blut der Elfen trinken. Komm zurück, wenn ihr den ganzen Satz habt. Hättest du das nicht eher sagen können? Ne, wusste ja selber noch nicht. Also Hochelfenblut, Waldelfenblut, Dunkelelfenblut und Falmerblut. Du Lump, du Dreckiger. Sammle Orgblut. Orgblut auch noch. Jetzt sind wir einmal dabei. Wir wollen ja auch wissen, was dahinter ist. Hey, können wir nicht wenigstens die Seelensteine haben? Wir haben auch Ausgaben. Wir haben auch... Ja, das nehmen wir alles nachher mit. Wir sind sowieso überladen. Ach, Mann. Pack mal noch ein bisschen Gold obendrauf. Ach, wir sind ja auch am Forschen. Wir sind ja auch für die Forschung. Hey! Was? Hast du hier irgendwas mit Lovecraft zu tun? Elend-Schlund? Oh, das ist gut. Wärme. Du hast mir viel zu viele Augen. Wie kommt denn das? Ich bin Hermaeus Mora, der Wächter des Ungesehenen, der Kenner des Unbekannten. Ich habe euch beobachtet, Sterblicher. Äußerst beeindruckend. Ja, niedlich, deine Tentakeln. Können die denn auch was? Eure andauernde Unterstützung von Septimus macht ihn zusehends überflüssig. Er hat mir gute Dienste geleistet. Doch seine Zeit neigt sich dem Ende zu. Wenn diese verfluchte Schatulle erst geöffnet ist, hat er seinen Nutzen mir gegenüber verwirrt. Und wenn diese Zeit gekommen ist, werdet ihr seinen Platz als Abgesandter einnehmen. Was sagt ihr? Hey, Septimus, der will dich über den Tisch ziehen. Hast du das gehört? Guck mal hier, der Vielauge. Ich, äh, was habe ich jetzt gesagt? Ich wollte gar nicht mit dir reden. Ich glaube, der da unten, der will irgendwas von dir. Also, ich werde mich niemals anschließen. Und euch schon gar nicht. Abscheulicher Dämon. Ah, der hat aber ganz schön viele Tentakeln. Das könnte interessant werden. Ich bin euer Diener, mein Herr. In der Tat. Sprecht mit mir, wenn die Schatulle geöffnet wurde. Und alles wird offenbart werden. Cool. So viele Tentakeln. Das, äh, ich habe Pornos gesehen, die so angefangen haben. Ach, das ist gar kein Durchgang. Das ist nur so eine Schatulle. Sowas wie in... Aber wie heißt das? Hellraiser. Ach so, hier dürfen wir eine Treppe nutzen. Auf der anderen Seite können wir einfach so reinrutschen. Naja. Och, jetzt ist das wieder so kalt. Er hat es da nicht mal irgendwie ein bisschen aufgewärmt für uns. Oh man. So, nimm das Boot. Ich habe gesagt, wir nehmen zurück. Nehmen wir aber das Boot. Das war ja wohl nicht. Nee, wir müssen das anders machen. Komm. Serana. Na, wir müssen jetzt erstmal irgendwo einen Unterschlupf oder so etwas finden. Wir waren ja in... Was ist denn das hier? Ist das hier überhaupt Windhelm? Ich glaube, das ist... Das ist doch hier... Windstadt. Winterfeste. Ne, ich wollte die Karte. Das ist eine andere Taste. Akademie von Winterfeste. Haben wir... Da sind wir doch schon Magier, oder? Da haben wir doch schon eine Truhe. Da können wir doch schon Handel betreiben und alles. Wenigstens unsere Sachen da einmal aussortieren. Ja, die Luft ist eisig. Ich fühle ja mit. Ich weiß gar nicht, wo sind denn unsere warmen Klamotten geblieben? Also ohne... Ihr wisst schon, ohne Modifikationen ist das ja hier auch eine interessante Sache. Schnellauswahl. Aber wo sind denn unsere warmen Klamotten? Wahrscheinlich waren die warmen Klamotten auch aus irgendeinem... Ah. Aus irgendeinem... DLC? Nicht doch! Komm schon. Von dem brauchen wir kein Blut. Doch, der Bär. Der Bär auch noch. Oh nein. Sagt nicht, hier geht es gar nicht rauf. Doch da drüben. Du kannst schwimmen? Ja. Los, ich möchte wenigstens noch die warme Stube in der Stadt, in dem Dorf erreichen. Das müsste doch gleich hier um die Ecke sein, irgendwo. Da oben dachte ich. Irgendwie hier rüber, rauf. Irgendwo hier rum und dann da oben hoch. Ich sehe aber nichts zum oben hoch und... Ja. Sind sowieso schon geöffnet, die Muscheln. Ah, die sind geöffnet, dann sind wir hier vor kurzem erst vorbeigekommen. Oder die lassen sich nur einmal öffnen. Ah, das sieht mir nach einem Weg aus. Das sieht doch gut aus. Gut. Da sind auch schon einige Erfroren auf dem Weg. Boah. Sicher beinahe wie ein... Eine Lawine angehört hier. Oh, hier könnten wir rauf. Vielleicht. Okay. Das sieht doch schon gar nicht mal so falsch aus. Ja, ach, wir reiten gleich nach oben. So, etwas zu futtern für mein Pferd. Ach, oder... Ja, lass doch ruhig. Nee, das Pferd braucht nichts. Alles gut. Aber welches war denn hier oben jetzt unsere Schatulle? Naja, wir sind schon der Erzmagier, glaube ich. Also alles im Quartier des Erzmagiers. Werden wir sehen in der nächsten Folge. Ah, es wird so langsam wärmer. Boah, ich bin auch dafür, dass wir hier jetzt mal direkt ins... Ach, ins Quartier des Erzmagiers gehen. Ach, die lassen wir da. So nötig haben wir es nicht. Na, nicht jetzt hetzen, ja? Ich weiß, hier ist auch kalt, aber... Lass uns doch erst mal... gemütlich... Oh. Ah, der will wieder Bücher von uns. Auf falsche Abbiegung genommen hier, oder ist das oben vielleicht? Ah, gemächer des Erzmagiers, jawohl. Ach, ja, hier wird's richtig warm jetzt. Sehr schön. Dann können wir vielleicht in der nächsten Folge etwas aufräumen. Ein paar Sachen braun oder so, mal gucken. Ich bedanke mich jedenfalls für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. In dieser Folge haben wir mit dem Ekel-Elends-Schlund gesprochen. Ja, bei Septimus Signus. Die Aufgabe heißt da nämlich immer noch, die Entschlüsselung des Übernatürlichen. Oh, wir gucken uns das hier ganz kurz nochmal an. Ich bin einem gewissen Septimus Signus begegnet und habe ihm ein zwergisches Lexikon gebracht, das die Essenz des Wissens seiner Schriftrolle der Alten enthält. Mit seiner Hilfe glaubt er, die Schatulle öffnen zu können, die er studiert. Dazu muss er jedoch eine Blutmixtur erzeugen, die dem der Zwerge ähnelt. Und ich, ich, wenn ich ihm behilflich sein möchte, muss ich ihm das Blut verschiedener Rassen bringen. Ja, so sieht es jetzt aus. Handlangeres Bösen möchte ich dazu mal sagen und das als Drachenblut. Ja, Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ja, daumen hoch für euch, macht es gut.